Liebe Besucherinnen und Besucher aus dem Pixel-Labor in Bielefeld, es gibt Neuigkeiten. Das Pixel-Labor in Bielefeld bleibt leider noch geschlossen bis zum 31. Mai. Das ist eine Vorsicht-Maßnahme, wegen dem Virus. Aber wir bereiten bei Pixel alles vor, damit wir bald wieder öffnen können. Bleibt gesund! Es grüßt Sie, Frau Sadra und das Pixel-Team aus Bielefeld. Untertitelung des ZDF, 2020